Herzlich willkommen zur vierten und letzten Lektion des Kurses Programmieren lernen mit beiden Grundlagen. In dieser Lektion werden wir uns noch den Datentyp Listen genauer ansehen. Listen haben wir ja bereits in den letzten Lektionen kennengelernt. Sehen wir uns zu Beginn nochmal die Initialisierung, also das Anlegen von Listen an und wie wir auf bestimmte Elemente in der Liste zugreifen können. Wie wir bereits gelernt haben, erstellen wir Listen, indem wir einen Bezeichner wählen, gefolgt von einem Gleichheitszeichen und eckigen Klammern. Innerhalb dieser eckigen Klammern stehen dann die Werte der Liste. Das können Zahlen, Strings oder sogar weitere Listen sein. Der Index eines Listenelements ist die Position des Elementes in der Liste. Das erste Element in der Liste steht also an Stelle 0, das zweite an Stelle 1, das dritte an Stelle 2 und so weiter. Sehen wir uns gleich im Code an, wie wir auf verschiedene Elemente mit Hilfe des Index zugreifen können. In unserem Programm werden in Zelle 2 bis 4 verschiedene Listen angelegt. In der Liste in Zelle 4 siehst du, dass das letzte Element wieder eine Liste ist. In Zelle 7 greifen wir auf das Element mit Index 3 zu und geben es auf dem Terminal aus. Wenn wir bei Index den Wert minus 1 eingeben, dann greifen wir auf das letzte Element der Liste zu. Hier in Zelle 10 sehen wir, wie wir den String Python der Liste 2 auf dem Terminal ausgeben, denn das ist das letzte Element. Auch ein Wertebereich in einer Liste lässt sich ausgeben. Dafür können wir zwei Indizes angeben, der von Index gefolgt von einem Doppelpunkt und danach der bis Index. Wichtig hierbei ist, dass der bis Index nicht mehr ausgegeben wird. Wir geben also Index 2 bis 5 der Liste 1 aus. Das sind die Werte 3 bis 6. Wie wir Listen anlegen und auf einzelne Werte zugreifen können, haben wir jetzt geklärt. Schauen wir uns zum Abschluss des Themas Listen noch Listenfunktionen an. Mit Listenfunktionen können wir Listen sowie die Elemente darin einfach manipulieren. Mit Lenliste können wir zum Beispiel die Länge, also die Anzahl der Elemente der Liste herausfinden. Mit der Append-Funktion können wir am Ende der Liste ein Element hinzufügen. Die Funktion Insert fügt ein Element an einen bestimmten Index ein. Sehen wir uns gleich dazu ein Code-Beispiel an. Unser Programm startet mit der Initialisierung von zwei einfachen Listen in Zelle 1 und Zelle 2. In Zelle 5 geben wir die Länge der Liste am Terminal aus. Wir könnten auch die Länge zuvor in einer Variable speichern und dann ausgeben. Doch diese Schreibweise gleich innerhalb der Print-Funktion ist platzsparender. In Zelle 8 hängen wir den Wert 9 mit Hilfe der Append-Funktion ans Ende der zweiten Liste und geben diese am Terminal aus. Zelle 12 zeigt, wie wir den Wert 1 an Index 1 der ersten Liste einfügen. Und in Zelle 13 geben wir es wieder am Terminal aus. Weitere Listenfunktionen sind Remove. Mit dieser können wir das erste auftretende Element in der Liste löschen. Mit der Funktion Extend können wir zwei Listen zusammenhängen. Sehen wir uns auch gleich Beispiele dazu an. Wir starten wieder das Programm mit zwei Listen. In Zelle 5 wird die Zahl 1 der ersten Liste gelöscht und in Zeile 6 geben wir die Liste aus. In Zeile 9 wird die zweite Liste an die erste Liste angehängt und anschließend in Zelle 10 ausgegeben. Super, jetzt können wir das Kapitel Listen auch abhacken. Das war es auch schon fast mit dem iMux Kurs Programmieren lernen in beiden Grundlagen. Zum Schluss möchte ich noch eine kurze Zusammenfassung über die besprochenen Inhalte geben. In Lektion 1 haben wir theoretisches Wissen über das Programmieren sowie wichtige Grundkonzepte kennengelernt. In Lektion 2 haben wir uns mit Variablen beschäftigt und unseren ersten Programmcode geschrieben. In Lektion 3 konnten wir sehen, wie wir Daten in unser Programm laden und sie wieder ausgeben können. Weiteres haben wir wichtige Konzepte zur Steuerung unseres Programms besprochen. In der letzten Lektion haben wir noch den Datentyp der Listen genauer betrachtet. Wir bedanken uns für die Teilnahme und wünschen noch viel Spaß und Erfolg beim Programmieren lernen mit beiden.